Hallo, herzlich willkommen zum dritten Türchen des Adventskalenders. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Einmal durchspielen. Okay, es ist wieder so notiert, dass der Daumen möglichst nur Leerseiten spielt. In dem Fall wieder D-Seite, A-Seite und E-Seite. Fangen wir mit der Melodie an. Beginnt auf dem A, zweiter Bund, G-Seite, leere E-Seite, zweiter Bund, E-Seite, leere E-Seite, dritter Bund, H-Seite, zweiter Bund, H-Seite, leere H-Seite. Zweiter Bund, G-Seite, leere E-Seite, dritter Bund, H-Seite, zweiter Bund, H-Seite, leere H-Seite, wieder E-Seite, dritter Bund, H-Seite, zweiter Bund, H-Seite, zweiter Bund, G-Seite, leere E-Seite, Zweiter Bund E-Saite, wieder leer, dritter Bund H-Saite, zweiter Bund H-Saite, leere H-Saite, zweiter Bund G-Saite. Okay, das war die Melodie, zusammen mit den Bässen, der Daumen fängt an auf der A-Saite mit den zwei, A ist auf der G-Saite, einmal Daumen und dann zweimal E-Saite, jetzt kommt die D-Saite dazu, wieder leere A-Saite und E-Saite, dritter Bund H-Saite mit der E-Saite, zweiter Bund mit der A-Saite, H-Saite mit der E-Saite, und G-Saite, zweiter Bund und die A-Saite. E-Saite mit A-Saite, dritter Bund H-Saite mit E-Saite, zweiter Bund H-Saite mit A-Saite, zusammen und wieder die E-Saite mit A. E-Saite, zweiter Bund mit A-Saite, leer mit E-Saite, zweiter Bund G-Saite mit der A-Saite zusammen, leere E-Saite, zweiter Bund mit der D-Saite, leer mit A-Saite, dritter Bund H-Saite mit der E-Saite, zweiter Bund H-Saite mit der E-Saite, und zweiter Bund G-Saite mit der A-Saite. Das war's schon, kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Liken wie immer, drückt die Glocke, abonnieren, folgt mir bei Instagram. Die Noten mit Tabulatur gibt es bei Insta oder auch unten in der Beschreibung. Bis morgen, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!